Ich glaube, es gibt keinen Zweifel daran, dass wir diese grüne Transformation schaffen müssen. Der Klimawandel ist Realität. Aber Sie haben es in der Anmoderation ja auch gesagt, wir müssen gleichzeitig als Industrie wettbewerbsfähig und leistungsfähig bleiben. Deutschland ist ein Industrieland und hat keine Alternative. Das Problem ist nur, dass wir momentan in beiden Zielrichtungen nicht auf dem richtigen Pfad sind. Wenn wir so weitermachen, werden wir die Klimaziele nicht erreichen und werden als Industrieland immer weiter in den Tabellen nach hinten durchgereicht. Also Umsteuern ist angesagt und zwar massiv. Wir haben das Beispiel gesehen im Film. Es gibt aber auch ein Gegenbeispiel. Sagen wir mal ThyssenKrupp, größter deutscher Stahlproduzent, prüft gerade Umstellung der Stahlproduktion auf Wasserstoff zu stoppen. Bund und Land haben dem Unternehmen knapp zwei Milliarden Euro in Aussicht beziehungsweise zur Verfügung gestellt, um grünen Stahl zu produzieren. Wo stehen wir denn jetzt bei der grünen Transformation? Eher beim Erfolgsbeispiel von eben oder bei ThyssenKrupp? Auch das Beispiel der Georgsmarienhütte, Herr Becker, hat das ja gesagt. Das große Fragezeichen ist, wie ist denn der Betrieb? Die Dinge zu installieren, das ist das eine. Aber die Frage, kann man es dann auch vernünftig betreiben? Haben wir die großen Mengen grünen Strom und grünen Wasserstoff und haben wir die zu preisen, sodass wir auch weiter global wettbewerbsfähig sein können? Und da gibt es ganz dicke Fragezeichen. Diese Fragezeichen sind übrigens auch der Grund, warum viele Investitionen in der Privatwirtschaft hängen. Weil die Unternehmer einfach nicht wissen, wie wird denn das weitergehen, zum Beispiel mit unserem Energiesystem. Und diese Fragen müssen wir und muss die Politik ganz schnell beantworten. Dann ist vielleicht heute ein Tag dafür. Sie haben ja zum Klimakongress eingeladen. Gast unter anderem auch der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Welche Botschaft haben Sie für ihn? Wir müssen in zwei Ebenen jetzt umsteuern. Einmal ganz akut. Wir haben noch ein Jahr Laufzeit der aktuellen Legislaturperiode. Es kann nicht sein, dass wir jetzt sagen, okay, es wird ja irgendwann Wahlen geben, wir tun nichts mehr. Also manche Maßnahmen können und müssen ganz schnell greifen. Wir müssen über Netzentgelte reden, die nicht nur die zahlen können, die auch den Strom nutzen. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir müssen weiter über Bürokratieabbau reden bei Genehmigung von neuen Netzen. Aber wir müssen auch über die Wahlen im nächsten September hinaus gucken und uns jetzt ehrlich machen. Wie wollen wir denn in Summe als Land diese Klimaneutralität schaffen und gleichzeitig eine Industrie haben, der es gut geht und an der ja auch viele Arbeitsplätze außerhalb der Industrie im Dienstleistungsbereich bei den Zulieferern hängen? Es muss uns beides gelingen. Und wie gesagt, momentan, das war ja auch der Beitrag vom IW, wir werden auf den wirtschaftlichen Daten nach hinten durchgereicht. Und das Erreichen der Klimaziele wird aus unserer Sicht jeden Tag unwahrscheinlicher. Darüber müssen wir heute reden. Und wir werden auch klare Botschaften an die Politik formulieren. Herr Russwurm, Sie haben am Anfang gesagt, wir müssen das machen mit dem grünen Stahl. Wir müssen klimaneutral irgendwann produzieren können. Wir müssen das unbedingt schaffen. Aber es kostet eben auch eine Menge Geld laut Ihrer Studie bis zu 1,4 Billionen Euro. Wie stellen Sie und Ihre Kollegen sich die Finanzierung vor? Also wir glauben, dass man diese 1.400 Milliarden, ich drücke es lieber so aus, weil die Billionen ist ja irgendwann nicht mehr fassbar, 1.400 Milliarden, die werden zu zwei Drittel aus der Privatwirtschaft getragen werden müssen. Aber private Investitionen, die gibt es halt nur, wenn sie sich auch lohnen können. Ja, und ein Drittel ist Gemeinschaftsaufgabe, ist Staatsaufgabe. Da müssen wir uns gut überlegen, wie wir das priorisieren, wie wir effizienter sein können, würde man in jeder Firma tun. Aber es ist keine Alternative. Und zu sagen, wir investieren doch schon, das hilft ja auch nichts, wenn ich mir das Ergebnis anschaue. Also die staatlichen Investitionen in Infrastruktur, die erkenne ich an. Aber wenn ich auf unsere Straßen, auf unsere Schienen, in unsere Kanäle schaue, dann müssen wir doch feststellen, wenn wir so weitermachen wie bisher, das wird nicht reichen. Nun ist die allgemeine Situation unfassbar schwierig. Es gibt die Kriege, es gibt die Inflation, die jetzt zwar abgeschwächt ist, aber immer noch in einigen Bereichen Nachhalt. Die Fehler der Ampel bei der Energiewende sind auch bekannt. Aber welche Fehler hat die deutsche Industrie gemacht? Ich glaube, wir müssen uns alle stärker jetzt darauf konzentrieren, was denn unsere Chancen nach vorne sind. Es gibt Industriebranchen in Deutschland, die können global erfolgreich sein. Da haben wir riesen Chancen nach vorne. Aber auch dafür braucht es Rahmenbedingungen. Es braucht zum Beispiel Handelsverträge mit anderen Regionen in der Welt. Und die hängen halt auch schon, nicht seit zwei oder drei Jahren, sondern seit Jahrzehnten hängt ein Handelsabkommen mit Südamerika, mit Markus Suhr. Wir haben Australien nicht geschafft wegen einer Streit um die Rindfleischquote. Also es geht nicht nur um Geld. Es geht schon auch darum, dass wir die richtigen Dinge tun und vor allem das richtige Ziel haben. Deutschland als Industrieland, als Exportland und als Innovationsland. Und die Innovation ist unsere Chance. Die müssen wir fördern. Und der Klimakongress, zu dem der BDI lädt, soll eine Stufe dorthin sein. In diese Richtung. Wir bedanken uns für das Gespräch im ZDF Morgenmagazin mit dem BDI-Chef, mit Siegfried Roswurm. Vielen Dank.